Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, auch wenn es natürlich jetzt nicht so spannend ist, aber naja, das wird sich noch ändern. Immerhin machen wir ja ab und zu mal was. So, Geld brauchen wir eigentlich nicht, arbeiten müssen wir deswegen auch nicht. Ähm, ja, was machen wir, was machen wir denn mal? Ich würde mal sagen, wir erkunden so ein bisschen hier die Umgebung. Kann ja nicht schaden, wir müssen uns ja hier irgendwie mit unserer Umwelt vertraut machen. Achso, wir hatten ja gar keinen, unseren Bogen gar nicht. So, haha, so. Okay, dann packen wir den erstmal weg. Was hatten wir eigentlich für so eine, ja, 214. Das geht eigentlich. So viel ist das ja nun nicht. Da vorne ist Rauch. Waren wir hier schon einmal? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Da sind Leute. Oh Mann. Ja, wir haben doch noch den anderen Typen erwischt. Wir müssen aber hier weg. Wir müssen hier weg. Das ist nicht gut. Ja, jetzt läufst du weg, ne? Ja, was? Laufst du weg, ne? Da hat er doch tatsächlich angelegt. Ich hab's gehört, liebe Freunde. Die haben wir erwischt. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. das hat erwischt das hat gesessen da haben wir ihn schon kritischen schaden zugefügt mittlerweile verdammt ja da hat er uns ein weiteres mal erwischt na gut um die werden wir uns dann mal kümmern tja dann werden wir da noch mal kurz hingehen und ein quick save machen kein quick load einfach ein quick save dann müssen wir hier nicht immer falls wir da jetzt noch mal sterben nicht noch einmal hier hoch rennen da brauchen wir taktik da müssen wir da müssen wir uns wahrscheinlich irgendwie anschleichen oder so gut dann schleichen wir jetzt schon mal dann machen wir hier schon mal kurz einen schwuppere das hat jetzt ganz kurz ein bisschen gelebt ich weiß jetzt nicht ob ihr das auch seht in dem video naja ist halt so beim speichern da kann sowas halt vorkommen ja 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 jetzt schon ja ja jetzt ja nicht ja 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 Ja, sie greift uns direkt an. Das ist... Wir konnten einfach nicht entkommen. Da war kein Weg dran vorbei. Ah, verdammt. Aber wie ich es gesagt habe, wir werden sehr oft sterben. Wir müssen irgendwo da... Irgendwie müssen wir hier hoch. Da auf den Vorsprung. Ist hier vielleicht irgendwie ein Weg? Ah, ne, gibt's nicht. Irgendwo müssen wir entlang. Oh, verdammt. Hier ist eine blöde Position. Ganz einfach. Von hier sehen wir nichts. Na doch, so ein kleines bisschen. Oh, die haben wir erwischt. Na, wo versteckt er euch diesmal, hä? Ja. Lärfst du weg, hä? Noch einmal. Du kannst dich nicht verstecken. Oh man, er läuft wieder direkt da. Ach so, jetzt darfst du hier lang, hä? Okay, Meister. Au. Wunderschön. Hoffentlich sterben wir jetzt nicht, weil sie hier auf uns zugerannt kommt. Ja, ja, es wäre nichts, ne? Mhm. Sieht man auch schon, wie verwundet sie schon ist. Ah, wo, wo rennt sie denn jetzt hin? Ja, natürlich. Renn da entlang. Damit würde ich ja nicht treffen. Hopp. Na? So. Tja, jetzt hat sie sich versteckt. Aber ich würde mal sagen, jetzt, wo wir diesen ganzen Erfolg-Kram machen, machen wir doch noch einmal kurz hier einen Quick-Safe. Nur für sich selber. Sieht doch hier hinten irgendwo versteckt. Vielleicht sehen wir sie so. Ach, da unten ist sie irgendwo. Okay. Ganz schnell einmal. Den könnten wir noch mitnehmen. Ja, da unten. Na also. Ja, wir kriegen mit dem Pfeil und Bogen nicht immer. Eine so wunderschöne cinematische Killcam, aber wir kriegen sie doch eigentlich schon relativ häufig. Jedenfalls deutlich häufiger als im ursprünglichen Spiel. Aber keine Sorge, die Killcams, das ist nur nochmal ein bisschen Eye-Candy, denn die Killcam wird erst getriggert, wenn wir auch wirklich töten. Also, wenn das auch wirklich ein finaler Schlag ist. Nicht einfach so, oh, jetzt macht er die einfach mal und wir haben ihn getötet. Nein, wir hätten ihn auch so getötet, auch ohne Killcam. Hier gibt es nochmal Oh, eine Fackel. Ja, sehr schön. Es ist alles wunderschön. Hier. Das ist alles so wertlos. Oh, Lederstreifen. Seensteinfragmente. Lederstreifen. Na ja. Mal gucken, was haben wir denn alles? Tja, diesen Horkerloaf, den können wir natürlich irgendwann nochmal essen, wenn sich das lohnt. Wir haben ja jetzt nur leichten Hunger. Müssen wir ja nicht gleichen Ganzen. Oh Mann. Der hatte aber einen sehr hübschen Kriegshammer. Muss man ja sagen. Der sieht wirklich schick aus. Naja. Aber wir haben natürlich jetzt auch XP verdient damit. Mal gucken. Oha, oha. Das ist aber schon eine ganz schöne Menge. Nehmen wir da Speech, glaube ich, ist ganz gut, wenn wir das mit hochnehmen. Denn wir müssen ja auch irgendwie ja, wir wollen ja ein bisschen mehr sparen an unserem Reichtum. Und da müssen wir natürlich auch besser handeln können, damit wir weniger ausgeben für das, was wir alles brauchen. Und damit wir weniger ausgeben können, brauchen wir ja, eine bessere Sprachgewandtheit. Wir müssen die Leute ein bisschen wir müssen halt besser im Falschen werden. Dafür brauchen wir eben einen reicheren Wortschatz. Ein bisschen Intelligenz gehört natürlich auch dazu, damit wir halt eben wortgewandter agieren können. Also was? Und deswegen brauchen wir diese Speechcraft. Hatten wir denen nicht irgendwie was wertvolles abgenommen? Ja, stimmt, diese eine Potion. Ne? Ich denke mal, die verkaufen wir. Guten Tag. So, Schluss mit Mittagspause hier. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Haben wir einmal den Iron Ingot und die Stamina Potion. Zack. Ob wir den Iron Ingot verkaufen? Ich bin mir gerade nicht so sicher, der könnte noch irgendwie nützlich werden. Vielleicht... Verdammt Thieves! As if things weren't bad enough! Vielleicht kann ja der Schmied ein bisschen damit was anfangen. Hey, Schmied! Whatever you need, buy a smear if it's simple and strong. I can forge it. Ja, das wissen wir. Wir wollen handeln. Hm, Blades, Helmets, pretty much anything to suit your needs. Tja, so. Iron Ingot. Weg damit, den brauchen wir nicht, aber das Geld können wir gebrauchen. Was nehmen wir denn? Gibt es einen Hunting Bow? Der ist uns aber doch ein bisschen zu teuer. die wäre eigentlich schon ganz in Ordnung. Das ist eine Pickaxe, damit könnte man auch Erze schürfen. Die kostet nur 14 Semptime, aber macht natürlich auch verhältnismäßig wenig Schaden. Macht so viel Schaden wie dieser Steel Dagger. Mhm. Steel Great Sword. Tja, okay, das ist sogar noch teurer, als wir als es unsere finanziellen Mittel erlauben. Ja, ist eine sehr schicke Axt. Ich mag diesen halbwegs ergonomischen Griff irgendwie. Der Griff gefällt mir wirklich. der ist ja sehr schick. So, aber ja ich denke mal ins Innen müssen wir jetzt nicht gehen. So, wie viele Pfeile haben wir noch? 22? Nee. Neue Pfeile brauchen wir noch nicht holen. Aber ich glaube, da vorne war doch noch irgendwo ein Wolf. Der hat uns doch angegriffen. Ob wir den erledigen können? Ich weiß es ja nicht. Müssen wir mal nachgucken? Ich werde jetzt auch ganz bewusst keinen Quick Save machen, weil allzu häufiges Quick Saven nimmt auch so ein bisschen die Herausforderung. Da vorne ist er doch. So. Zack, da haben wir ihn schon mal erwischt. Und das war sogar kritischer Schaden. Nein, 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 greif uns ja nicht an. Da haben wir ihn. Sehr schön. Gut, der ist jetzt hier in den Wasserfall gefallen. Da unten schwimmt er. Wir haben es aber noch geschafft ihn zu looten. Das ist sehr schön. Das können wir gleich auch nochmal verkaufen. Wie sieht denn jetzt unser Score aus? Ich achte da irgendwie nicht drauf, wie viel wir da bei so einem Kill verdienen und dann natürlich auch ein bisschen noch das Ganze verrechnen mit der ganzen XP, die wir schon haben. Es ist irgendwie Ja, ich komme da irgendwie nicht so hinterher. Naja. So. Dann verkaufen wir jetzt noch einmal das Zeug. Das bringt uns natürlich auch wieder Geld ein. Obwohl Nein. Verkaufen wir diesmal nicht. Ein Stück Holz liegt hier einfach so. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Dass hier dieses eine Holzklotz hier so. Aber ja, wenn man das mal bemerkt, der ist irgendwie der fällt auf irgendwie. Keine Ahnung. Gehen wir hier an den Tanning Rack. sehr schön. Da können wir auch den Wolfs Pelz zu Leder verarbeiten beziehungsweise eben zu einer Fur Plate. Ich denke aber mal Leder. Gehen wir mal und dann verarbeiten das nochmal zu Leder Streifen. So. Oh man, das hat doch ein ganz schönes Stück Zeit in Anspruch genommen. Es ist zwar immer noch hell, aber es wird langsam am Abend, ne? Whatever you need. The finest weapons and armor. Gut, gut. Die Bringen uns zwar ein bisschen weniger ein als das Fell, aber wer weiß, wir hätten vielleicht doch nicht den Iron Ingot verkaufen sollen. Obwohl, könnten wir vielleicht irgendwie etwas jetzt verbessern? Unsere Waffe, hier unseren Longbow, da brauchen wir Holz, aber unser bräuchte beides ne Furbplate. Schade. Gut. Dann verkaufen wir das letzte auch noch einmal. Und ich habe gesehen, wir haben Hunger. Da essen wir doch mal was und trinken. So, und dann gehen wir noch einmal kurz hier in den Riverwood Trader. Ganz einfach, um das Wasser nochmal auszukochen. und wir wollen uns ja keine Krankheit zuziehen. Und dann können wir hier auch noch einmal das Wolfsfleisch verkaufen. Mal gucken, an wen er das verhökern kann, ne? Der Riverwood Trader ist alles, was du in einem Generalstor brauchst. Ja, der hat eine sehr rauchige Stimme. Obwohl, können die Leute hier rauchen? Tun sie das? Ich weiß es nicht. Naja, was habt ihr zu verkaufen? Trinkets, Odds and Ends? Das sort of thing. Da. So. Zack. Und dann, ja. Ich werde zurück zu schlafen. Was ein Messer. So. Da haben wir es. Bing. Und jetzt ist auch eine ganze Zeit vergangen. eine Stunde, um genau zu sein. Ist jetzt vergangen. Und ja, man sieht es, es wird dunkel, aber wir haben ja eine Fackel. Ah, die leuchtet uns hier so ein bisschen den Weg. Wir können uns auch mit der verteidigen, wenn wir hier die Arme hochnehmen und dann auf Blocken gehen, dann halten wir sie hier schützend vor uns und können natürlich auch damit zuschlagen. dann gehen wir mal hier rein. Wir löschen natürlich schon mal unsere Fackel, weil hier drinne brauchen wir ja keine Fackel. Und ich weiß ja nicht, sollten wir uns schon mal hier irgendwas kaufen? Könnten wir ja eigentlich machen, ne? Tomatensuppe? Ja komm, die nehmen wir. Ich denke mal, die zwei Äpfel hier können wir auch noch uns genehmigen. Ja. Und dann würde ich doch noch mal kurz sagen, dass wir die letzten zwei Stunden, falls Hort denn in der Mühle ist, dass wir, ja, da ist er doch, das merkt man doch, dass er da ist. Dann werden wir nochmal die letzten zwei Stunden uns der Holzfällerei widmen, ganz einfach, damit wir hier nochmal ein kleines bisschen an Geld reinbekommen. Das kann ja auch nicht schaden. So. Müssen wir erstmal hier hin. unsere Gesundheit ist niedrig. Ja, ganz einfach, weil wir jetzt nochmal unseren Gesundheitsbonus durch Frostfall verloren haben. Da müssen wir einfach nur ein bisschen schlafen und dann hat sich die Geschichte auch erledigt. Oh man ey, sein Bart, nein. Aber gut, irgendwie, naja, kann man sich mit anfreunden, ich glaube, wenn man ihn lange genug sieht, unheimlich ist es ja doch nicht. So. Honest Gold for honest work. Sehr schön. Dann legen wir jetzt noch einmal hier die... Ah, wir können ja sowieso nicht gehen, äh, laufen. so. so. Dann gehen wir mal hier ins Inn. Oh, jetzt haben wir es nicht geschafft, hier die Fackel abzulegen, aber ist ja auch nicht so schlimm. So. Es war ein anstrengender Tag und da haben wir uns auch schon wieder aufgewärmt und jetzt geht es uns auch schon ein bisschen besser. Hey, Delphi, nun warte doch. You're that visitor been poking around. Ja, wir brauchen doch nur ein Bett und... Are you joking? You just rented a room for me. Was? Das wäre ja wirklich was Feines, wenn wir jetzt nicht einmal das Bett bezahlen müssen. Ja, sehr schön. Dann schlafen wir hier mal zehn Stunden und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge. Okay, nee, das machen wir dann noch. Oh, Mann. was? Tja. Oh, Mann. Das waren Pantik. Ja, 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 das wissen wir doch. Und jetzt, na, das ist ärgerlich. You're that visit. Sure thing. It's yours for a day. Okay. Gut, dann können wir uns noch einmal die hier gönnen. Was? Achso, wir haben mal wieder so'n... I'm the innkeeper. It's my business to keep track of strangers. Ja, ja, ja. So. Wir hatten kurz einen kleinen Kamerafehler. So. Jetzt aber. Dann würde ich doch mal sagen, sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Wenn es erneut heißt. Skyrim. Ich würde mich freuen, wenn er einschaltet und wenn wir weitere Abenteuer erleben hier in Skyrim. Bis dann.